Hallo und willkommen. Im heutigen Video erfährst du, wie du deinen Drucker an Xcentral anbinden kannst. Wir führen dich dazu Schritt für Schritt durch die Installation mit dem Xcentral Druckerspooler. Lass uns direkt loslegen. Um zu den Druckereinstellungen zu gelangen, klickst du auf das Einstellungseicon oben rechts in der Navigationsleiste, suchst nach Drucker und wählst anschließend Druckerverbindungen aus. Hier siehst du eine Übersicht aller bestehenden Drucker. Standardmäßig sind hier bereits ein PDF-Download-Dokumentendrucker und ein Etikettendrucker vorhanden. Das bedeutet, dass du mit diesen Druckern PDF-Downloads für deine Belege und Etiketten erhältst. Jetzt möchten wir einen echten, also physischen Drucker mit Xcentral verbinden. Dafür benötigen wir zuerst die Druckerspooler-Software, damit der Drucker die Druckaufträge von deiner Xcentral-Instanz im Browser empfangen kann. Klicke oben auf das Dropdown Spooler herunterladen und wähle je nach Betriebssystem die passende Option. Bei Macs wird unterschieden zwischen Geräten mit Intel-Chips und solchen mit Apple-Silicon-Chips, die auch als ARM-Chips bekannt sind, wie zum Beispiel M1, M2, M3 und so weiter. Falls du unsicher bist, klicke einfach auf das Apfelsymbol oben links und dann auf über diesen Mac. Dort siehst du die Angabe zum verwendeten Chip. Da wir einen Apple M2-Chip verwenden, wählen wir die Option für Apple-Chips aus. Die Spooler-Software wird nun im Hintergrund heruntergeladen. Je nach Internetverbindung kann das etwas dauern. Im Anschluss zeigen wir dir jetzt die Installation für Macs. Auf Windows verhält es sich allerdings sehr ähnlich. Sobald die Spooler-Software vollständig heruntergeladen ist, öffnest du deinen Download-Ordner und doppelklickst auf die Installationsdatei. Auf dem Mac ziehen wir die Datei in den Programme-Ordner und öffnen sie anschließend. Mit einem Doppelklick startest du dann den Spooler. Wahrscheinlich musst du danach noch eine Sicherheitsabfrage bestätigen. Sobald der Spooler gestartet ist, loggst du dich mit deiner Xcentral-URL ein. Diese wird in der Regel automatisch übernommen. Falls nicht, findest du sie in der URL-Leiste deines Browsers in Xcentral. Klicke auf Weiter und melde dich nach einer kurzen Wartezeit mit deinem Xcentral-Login an. Möglicherweise erhältst du jetzt den Hinweis, dass eine neue Spooler-Version verfügbar ist. Bestätige dies und starte den Spooler danach neu. Nach kurzer Zeit erscheint die Startseite des Xcentral-Spoolers. Wichtig ist jetzt die Auflistung aller bei dir installierten Netzwerkdrucker. Wähle den Drucker aus, den du mit Xcentral verbinden möchtest und klicke auf Verbinden. Dadurch werden die Druckerdaten jetzt an Xcentral übertragen. Sobald du die Druckerseite in Xcentral neu lädst, erscheint der neue Drucker in der Liste. Über das Menü-Icon kannst du die Verbindung testen, indem du eine Testseite druckst. Wenn der Test erfolgreich war, kannst du den Drucker in den Einstellungen für Benutzer, Versandart und Logistik auswählen und verwenden. Ein kleiner Hinweis zum Schluss. Damit Xcentral die Druckbefehle konstant empfangen kann, muss das Spooler-Programm immer aktiv im Hintergrund laufen. Da ein Arbeitslaptop oder PC oftmals wegen Urlaub oder Krankheit heruntergefahren wird, empfehlen wir dir, eine separate Maschine zu verwenden, die dauerhaft eingeschaltet bleibt. Für Macs eignen sich besonders Mac Minis, da sie relativ kostengünstig und zuverlässig im Dauerbetrieb sind. Und das war es schon zum Thema Anbindung deines Druckers an Xcentral. Viel Spaß weiterhin bei der Einrichtung und wir sehen uns im nächsten Video.